Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist endlich soweit, es gibt einen neuen Trailer von Final Fantasy VII, den Remake. Gestern Nacht war das State of the Play Event von Sony, da wurden viele neue Spiele vorgestellt oder viele neue Trailer. Unter anderem endlich ein Trailer von Final Fantasy VII. Lange, lange gab es nichts Neues. Der Trailer geht gerade mal so eine Minute und ein paar Sekunden. Ich habe mir noch nicht angesehen, möchte das mit euch jetzt gemeinsam tun. Halte jetzt die Klappe und viel Spaß bei dem Trailer. Die Klappe und viel Spaß bei dem Trailer. Hier, das ist für dich. Eine Blume? Klappe und viel Spaß bei der Klappe und viel Spaß bei der Klappe und viel Spaß bei der Klappe. Oh mein Gott, das war ja absoluter Hammer. Also, wir haben den Trailer gerade gesehen, das war ja der absolute Hammer. Man hat zum Schluss sogar Sephiroth kurz gesehen, kurz gesehen. Zum Schluss konnte man auch sehen, dass es Neues im Juni gibt. Was ist im Juni? Für die Leute unter euch, die das nicht wissen, am 11. bis 14. Juni ist die E3. Also, können wir davon ausgehen, dass es auf der E3 endlich neuen Stuff von Final Fantasy 7 geben wird. Was heißt endlich, jetzt haben wir ja ein bisschen was Neues gesehen. Ich habe ein Erpel-Kostüm gekriegt, das glaubt ihr gar nicht. Also, ich bin echt auf die E3 gespannt, was da noch kommen wird. Ich werde mir den Trailer jetzt sicherlich noch ein, zwei Mal reinziehen, ohne euch. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, was in dem Trailer alles zu sehen ist. Könnt ihr euch selber so ein bisschen zusammenreimen. Auf jeden Fall hat man den ersten richtigen Bosskampf gegen den Skorpion im Sektor, war es Sektor 7? Im Sektor 7 gesehen. Und noch ein paar Nebenkämpfe, die richtig, richtig geil aussahen. Ich bin, ja, ich muss das erstmal verdauen, das war ja der absolute Hammer, der Trailer. Gut, okay, wie gesagt, sobald es Neues von Final Fantasy 7 gibt, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr das auf meinem Kanal findet. Mir fehlen jetzt noch ein bisschen die Worte, weil mich der Trailer gerade echt geplättet hat. Klein, aber fein, sage ich jetzt mal. Eine Minute kann manchmal ausreichen, um einen echt sprachlos zu machen. Lasst gerne einen Daumen und einen Kommentar für dieses Video da. Was haltet ihr von dem Trailer? Was denkt ihr, was erwartet uns auf der E3? Oder was denkt ihr, wann kommt die erste Episode endlich raus? Ich hoffe, dass es tatsächlich bis Ende des Jahres, wie ich es in meinem allerersten Final Fantasy 7 Remake Info schon mal erzählt hatte, dass die Gerüchte stimmen und ja, ein Titel rauskommen soll, der Rekordumsätze für Ende 2019 vorausgesagt hat. Wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich hier auf jeden Fall nochmal in dem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Restfreitag. Es ist Freitagmorgen, also ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Sorry fürs dumm daherlabern zum Schluss. Ich bin echt noch ein bisschen platt vom Trailer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt für Final Fantasy 7, dem Remake. Haut rein. Ciao.